Theodor Sturm Die Regentrude Einen so heißen Sommer wie nun vor hundert Jahren hat es seitdem nicht wiedergegeben. Kein Grün fast war zu sehen. Zahmes und wildes Getier lag verschmachtet auf den Feldern. Es war an einem Vormittag. Die Dorfstraßen standen leer. Wer nur konnte, war ins Innerste der Häuser geflüchtet. Selbst die Dorfkläffer hatten sich verkrochen. Nur der dicke Wiesenbauer stand breitspurig in der Torfahrt seines stattlichen Hauses und rauchte im Schweiße seines Angesichts aus seinem großen Meerschaumkopfe. Dabei schaute er schmunzelnd einem mächtigen Fuder Heu entgegen, das eben von seinen Knechten in die Diele gefahren wurde. Er hatte vor Jahren einer bedeutenden Fläche sumpfigen Wiesenlandes um einen geringen Preis erworben, und die letzten dürren Jahre, welche auf den Feldern seiner Nachbarn das Gras versenkten, hatten ihm die Scheuern mit duftendem Heu und den Kasten mit blanken Krontalern gefüllt. So stand er auch jetzt und rechnete, was bei den immer steigenden Preisen der Überschuss der Ernte für ihn einbringen könne. »Sie kriegen alles nichts«, murmelte er, indem er die Augen mit der Hand beschattete und zwischen den Nachbarsgehöften hindurch in die flimmernde Ferne schaute. »Es gibt gar keinen Regen mehr in der Welt.« Dann ging er an den Wagen, der eben abgeladen wurde. Er zupfte eine Handvoll Heu heraus, führte es an seine breite Nase und lächelte so verschmitzt, als wenn er aus dem kräftigen Duft noch einige Krontaler mehr herausriechen könne. In demselben Augenblicke war eine etwa fünfzigjährige Frau ins Haus getreten. Sie sah blaß und leidend aus, und bei dem schwarzseidenen Tuche, das sie um den Hals gesteckt trug, trat der bekümmerte Ausdruck ihres Gesichtes nur noch mehr hervor. »Guten Tag, Nachbar«, sagte sie, indem sie dem Wiesenbauer die Hand reichte. »Ist das seine Glut? Die Haare brennen einem auf dem Kopfe.« »Lass brennen, Mutter Stine, lass brennen«, erwiderte er. »Sieht nur das Fuderheu an. Mir kann's nicht zu schlimm werden.« »Ja, Herr Wiesenbauer, Ihr könnt schon lachen, aber was soll aus uns andern werden, wenn das sofort geht?« Der Bauer drückte mit dem Daumen die Asche in seinem Pfeifenkopf und stieß ein paar mächtige Dampfwolken in die Luft. »Seht Ihr«, sagte er, »und das kommt von der Überklugheit. Ich hab's ihm immer gesagt, aber Euer Seliger hat's allweg besser verstehen wollen. Warum mußt Ihr also ein Tiefland vertauschen? Nun sitzt Ihr da mit den hohen Feldern, wo Eure Saat verdorrt und Euer Vieh verschwachtet?« Die Frau seufzte. Der dicke Mann wurde plötzlich herablässend. »Aber Mutter Stine«, sagte er, »ich merke schon, Ihr seid nicht von ungefähr hergekommen. Schießt nur immer los, was Ihr auf dem Herzen habt.« Die Witwe blickte zu Boden. »Ihr wißt wohl«, sagte sie, »die fünfzig Tal hatte immer geliehen. Ich soll sie auf Johanni zurückzahlen, und der Termin ist vor der Tür.« Der Bauer legte seine fleischige Hand auf ihre Schulter. »Nun macht Euch keine Sorge, Frau. Ich brauche das Geld nicht. Ich bin nicht der Mann, der aus der Hand in den Mund lebt. Ihr könnt mir Eure Grundstücke dafür zum Pfand einsetzen. Sie sind zwar nicht von den Besten, aber mir sollen sie diesmal gut genug sein. Auf den Sonnabend könnt Ihr mit mir zum Gerichtshalter fahren.« Die bekümmerte Frau atmete auf. »Es macht zwar Wiederkosten«, sagte sie, »aber ich danke Euch doch dafür.« Der Wiesenbauer hatte seine kleinen klugen Augen nicht von ihr gelassen. »Und«, fuhr er fort, »weil wir hier einmal beisammen sind, so will ich Euch auch sagen, der Andreas, Euer Junge, geht nach meiner Tochter.« »Du lieber Gott, Nachbar, die Kinder sind ja miteinander aufgewachsen.« »Das mag sein, Frau. Wenn aber der Bursche meint, er könne sich hier in die volle Wirtschaft einfreien, so hat er seine Rechnung ohne mich gemacht.« Die schwache Frau richtete sich ein wenig auf und sah ihn mit fast zürnenden Augen an. »Was habt Ihr denn an meinem Andreas auszusetzen?« fragte sie. »Ich an Eurem Andreas, Frau Stine? Auf der Welt gar nichts. Aber«, unterstrich sich mit der Hand über die silbernen Knöpfe seiner roten Weste, »meine Tochter ist eben meine Tochter, und des Wiesenbauers Tochter kann es besser belaufen.« »Trotz nicht zu sehr, Wiesenbauer«, sagte die Frau milde, »ehe die heißen Jahre kamen.« »Aber Sie sind gekommen, und Sie sind noch immer da, und auch für dieses Jahr ist keine Aussicht, daß Ihr eine Ernte in die Scheuer bekommt. Und so geht's mit Eurer Wirtschaft immer weiter rückwärts.« Die Frau war in tiefes Sinnen versunken. Sie schien die letzten Worte kaum gehört zu haben. »Ja«, sagte sie, »Ihr mögt leider recht behalten. Die Regentrude muß eingeschlafen sein. Aber... Sie kann geweckt werden.« »Die Regentrude«, wiederholte der Bauer hart, »laubt Ihr auch an das Gefasel?« »Kein Gefasel, Nachbar«, erwiderte sie geheimnisvoll. »Meine Urahne, da sie jung gewesen, hat sie selber einmal aufgeweckt. Sie wußte auch das Sprüchlein noch, und hat es mir öfters vorgesagt. Aber ich habe es seither längst vergessen.« Der dicke Mann lachte, daß ihm die silbernen Knöpfe auf seinem Bauche tanzten. »Nun, Mutterstine, so setzt Euch hin und besinnt Euch auf Euer Sprüchlein. Ich verlasse mich auf mein Wetterglas, und das steht seit acht Wochen auf beständig schön.« »Das Wetterglas ist ein totes Ding, Nachbar, das kann doch nicht das Wetter machen.« »Und Eure Regentrude ist ein Spukeding, ein Hirngespinst, ein gar nichts.« »Nun, Wiesenbauer«, sagte die Frau schüchtern, »Ihr seid einmal einer von den Neugläubigen.« Aber der Mann wurde immer eifriger. »Neu oder altgläubig«, rief er, »geht hin und sucht Eure Regenfrau und sprecht Euer Sprüchlein, wenn Ihr's noch einmal beisammenkriegt. Und wenn Ihr binnen heute und vierundzwanzig Stunden Regen schafft, dann«, er hielt inne und paffte ein paar dicke Rauchwolken vor sich hin. »Was dann, Nachbar?«, fragte die Frau. »Dann, dann, zum Teufel ja, dann soll Euer Andreas meine Maren freien.« In diesem Augenblick öffnete sich die Tür des Wohnzimmers, und ein schönes schlankes Mädchen mit rehbraunen Augen trat zu ihm auf die Durchfahrt hinaus. »Topvater«, rief sie aus, »das soll gelten!« Und zu einem etlichen Manne gewandt, der eben von der Straße her ins Haus trat, fügte sie hinzu, »Ihr habt's gehört, fetter Schulze!« »Nun, nun, Maren«, sagte der Wiesenbauer, »du brauchst keine Zeugen gegen deinen Vater aufzurufen. Von meinem Wort, da beißt dir keine Maus auch nur ein Titelchen ab.« Der Schulze schorte indes auf seinen langen Stock gestützt, eine Weile in den freien Tag hinaus, und hatte nun sein schärferes Auge in der Tiefe des glühenden Himmels ein weißes Pünktchen schwimmen sehen, oder wünschte es nur, und glaubte es deshalb gesehen zu haben. Aber er lächelte hinterhältig und sagte, »Mögt's euch bekommen, fetter Wiesenbauer, der Andrés ist alleweg ein tüchtiger Bursch!« Bald darauf, während der Wiesenbauer und der Schulze in dem Wohnzimmer des Ersteren über allerlei Rechnungen beisammen saßen, trat Maren an der anderen Seite der Dorfstraße mit Mutter Stine in deren Stübchen. »Aber Kind«, sagte die Witwe, indem sie ihr Spinnrad aus der Ecke holte, »weißt du denn, das Sprüchlein für die Regenfrau?« »Ich?« fragte das Mädchen, indem sie erstaunt den Kopf zurückwarf. »Nun, ich dachte nur, weil du so keck dem Vater vor die Füße tratst.« »Nicht doch, Mutter Stine, mir war nur so ums Herz, und ich dachte auch, ihr selber würdet's vielleicht noch beisammen bekommen. Räumt's nur ein bißel auf in eurem Kopf, es muß ja noch irgendwo verkramet liegen.« Frau Stine schüttelte den Kopf. »Der Urahn ist mir früh gestorben. Das aber weiß ich wohl noch. Wenn wir damals große Dürre hatten, wie eben jetzt, und uns dabei mit der Saat oder dem Viehzeug Unheil zuschlug, dann pflegte sie wohl ganz heimlich zu sagen, das tut der Feuermann uns zum Schabernack, weil ich einmal die Regenfrau geweckt hab.« »Der Feuermann?«, fragte das Mädchen. »Wer ist denn das nun wieder?« Aber ehe sie noch eine Antwort erhalten konnte, war sie schon ans Fenster gesprungen und rief. »Um Gott, Mutter! Da kommt der Andres! Seht nur, wie verstürzt er aussieht!« Die Witwe erhob sich von ihrem Spinnrade. »Freilich, Kind«, sagte sie niedergeschlagen, »siehst du's denn nicht, was er auf dem Rücken trägt? Da ist schon wieder eins von den Schafen verdurstet.« Bald darauf trat der junge Bauer ins Zimmer und legte das tote Tier vor den Frauen auf den Estrich. »Habt ihr's?«, sagte er finster, indem er sich mit der Hand den Schweiß von der heißen Stirn strich. Die Frauen sahen mehr in sein Gesicht als auf die tote Kreatur. »Nimm's dir nicht so zu Herzen, Andres«, sagte Marin. »Wir wollen die Regenfrau wecken, und dann wird alles wieder gut werden.« »Die Regenfrau«, wiederholte er tonlos. »Ja, Marin, wer die wecken könnte! Es ist aber auch nicht wegen dem allein, es ist mir etwas widerfahren, draußen.« Die Mutter faßte zärtlich seine Hand. »So sag es von dir,« ermahnte sie, »damit es dich nicht siech mache.« »So hört denn,« erwiderte er, »ich wollte nach unseren Schafen sehen, und ob das Wasser, das ich gestern Abend für sie hinaufgetragen, noch nicht verdunstet sei. Als ich aber auf den Weidenplatz kam, sah ich sogleich, daß es dort nicht seine Richtigkeit gesetzt habe. Der Wasserzuber war nicht mehr, wo ich ihn hingestellt, und auch die Schafe waren nicht zu sehen. Um sie zu suchen, ging ich den Rhein hinab bis an den Riesenhügel. Als ich auf die andere Seite kam, da sah ich sie alle liegen, keuchend, die Hälse langen auf die Erde gestreckt, die arme Kreatur hier war schon krepiert. Daneben lag der Zuber ungestürzt und schon gänzlich ausgetrocknet. Die Tiere können das nicht getan haben. Hier mußte eine böswillige Hand im Spiele sein. »Kind, Kind«, unterbrach ihn die Mutter, »wer sollte einer armen Witwe Leides zufügen?« »Hört nur zu, Mutter, es kommt noch weiter.« Aber kein Mensch war zu sehen. Die sengende Glut lag wie alle Tage lautlos über den Feldern. Nur neben mir auf einem großen Steine, zwischen denen das Zwergenloch in die Hügel hinabgeht, saß ein dicker Molch und sonnte seinen häßlichen Leib. Als ich noch so halb ratlos, halb inkrimmig um mich herstarrte, hörte ich auf einmal hinter mir von der anderen Seite des Hügels her ein Gemurmel, wie wenn einer eifrig mit sich selber redet, und als ich mich umwende, sehe ich ein knorpsiges Männlein im feuerroten Rock und mit roter Zipfelmütze unten zwischen dem Heidekraut auf- und abstopfen. Ich erschrak mich, denn wo war es plötzlich hergekommen? Aber es sah gar so arg und so mißgeschaffen aus. Die großen braunroten Hände hatte es auf dem Rücken gefaltet, und dabei spielten die krummen Finger wie Spinnenbeine in der Luft. Ich war hinter den Dornbusch getreten, der neben den Steinen aus dem Hügel wächst, und konnte von hier aus alles sehen, ohne selbst bemerkt zu werden. Das Unding drunten war noch immer in Bewegung. Es bückte sich und riss ein Bündel versenkten Grases aus dem Boden, das ich glaubte, es müsse mit seinem Kürbiskopf vorn überschießen. Aber es stand schon wieder auf seinen Spindelbeinen, und indem es das dürre Kraut zwischen seinen großen Fäusten zu Pulver rieb, begann es so entsetzlich zu lachen, daß auf der anderen Seite des Hügels die halbtoten Schafe aufsprangen und in wilder Flucht an dem Rhein hinunterjagten. Das Männlein aber lachte noch gellender, und dabei begann es von einem Bein auf das andere zu springen, daß ich fürchtete, die dünnen Stäbchen müßten unter seinem klumpigen Leibe zusammenbrechen. Es war grauenvoll anzusehen, denn es funkelte ihm dabei ordentlich aus seinen kleinen schwarzen Augen. Die Witwe hatte leise des Mädchens Hand gefaßt. »Weißt du nun, wer der Feuermann ist?« sagte sie. Maren nickte. Das allergrausenhafteste aber, fuhr Andrés fort, war seine Stimme. »Wenn Sie wüßten! Wenn Sie es wüßten!« schrie er. »Die Flegel, die Bauerntölpel!« Und dann sang er mit seiner schnarrenden, quäkenden Stimme ein seltsames Sprüchlein, immer von vorn nach hinten, als könne er sich gar nicht daran ersättigen. »Wartet nur! Ich bekomm's wohl noch beisammen!« Und nach einigen Augenblicken fuhr er fort. »Dunst ist die Welle! Staub ist die Quelle!« Die Mutter ließ plötzlich ihr Spinnrad stehen, das sie während der Erzählung eifrig gedreht hatte, und sah ihren Sohn mit gespannten Augen an. Der aber schwieg wieder und schien sich zu besinnen. »Weiter!« sagte sie leise. »Ich weiß nicht weiter, Mutter. Es ist fort, und ich hab's mir unterwegs doch wohl hundertmal vorgesagt.« Als aber Frau Stine mit unsichtbarer Stimme selbst fortfuhr. »Stumm sind die Wälder! Feuermann tanzet über die Felder!« Da setzte er rasch hinzu. »Nimm dich in Acht! Ehe du erwacht, holt dich die Mutter heim in die Nacht!« »Das ist das Sprüchlein der Regentrude!« rief Frau Stine. »Und nun rasch noch einmal! Und du, Maren, merk wohl auf, damit es nicht wiederum verloren geht!« Und nun sprachen Mutter und Sohn noch einmal und ohne Anstoß. »Dunst ist die Welle! Staub ist die Quelle! Stumm sind die Wälder! Feuermann tanzet über die Felder! Nimm dich in Acht! Ehe du erwacht, holt dich die Mutter heim in die Nacht!« »Nun hat alle Not ein Ende!« rief Maren. »Nun wecken wir die Regentrude! Morgens sind alle Felder wieder grün und übermorgen! Gibt's Hochzeit!« Und mit fliegenden Worten und glänzenden Augen erzählte sie dem Andres, welches Versprechen sie dem Vater abgewonnen habe. »Kind«, sagte die Witwe wieder, »weist du denn auch den Weg zur Regentrude?« »Nein, Mutter Stine, wisst ihr denn auch den Weg nicht mehr?« »Aber Maren, es war ja die Urahne, die bei der Regentrude war. Von dem Wege hat sie mir niemals etwas erzählt.« »Nun, Andres«, sagte Maren und faßte den Arm des jungen Bauern, der während des mit Grünzel der Stirne vor sich hingestarrt hatte. »So sprich du! Du weißt ja sonst doch immer Rat!« »Vielleicht weise ich auch jetzt wieder einen«, entgegnete er bedächtig. »Ich muß heute Mittag den Schafen noch Wasser hinauftragen. Vielleicht, daß ich den Feuermann noch einmal hinter dem Daumenbusch belauschen kann. Hat er das Sprüchlein verraten, wird er auch noch den Weg verraten, denn sein dicker Kopf scheint überzulaufen von diesen Dingen.« Und bei diesem Entschluß blieb es. Soviel sie auch hin und wieder redeten, sie wußten keinen besseren aufzufinden. Bald darauf befand sich Andres mit seiner Wassertracht droben auf dem Weideplatze. Als er in die Nähe des Riesenhügels kam, sah er den Kobold schon von Weitem auf einem der Steine am Zwergenloch sitzen. Er strählte sich mit seinen fünf ausgespreizten Fingern den roten Bart, und jedes Mal, wenn er die Hand herauszog, löste sich ein Häufchen feuriger Flocken ab und schwebte in dem grellen Sonnenschein über die Felder dahin. »Da bist du zu spät gekommen«, dachte Andres, »heute wirst du nichts erfahren« und wollte seitwärts, als habe er gar nichts gesehen, nach der Stelle abbiegen, wo noch immer der ungestürzte Zuber lag. Aber er wurde angerufen. »Ich dachte, du hättest mit mir zu reden«, hörte er die Quäkstimme des Kobolds hinter sich. Andres kehrte sich um und trat ein paar Schritte zurück. »Was hätte ich mit euch zu reden«, erwiderte er, »ich kenne euch ja nicht.« »Aber du möchtest den Weg zur Regentrude wissen?« »Wer hat euch das denn gesagt?« »Mein kleiner Finger, und der ist klüger als manch großer Kerl.« Andres nahm all seinen Mut zusammen und trat noch ein paar Schritte näher zu dem Unding an den Hügel hinauf. »Euer kleiner Finger mag schon klug sein«, sagte er, »aber den Weg zur Regentrude wird er doch nicht wissen, denn den wissen auch die allerklügsten Menschen nicht.« Der Kobold blähte sich wie eine Kröte und fuhr ein paar Mal mit seiner Klaue durch den Feuerbart, daß Andres vor der herausströmenden Glut einen Schritt zurücktaumelte. Plötzlich aber den jungen Bauern mit dem Ausdruck eines überlegenen Hohns aus seinen bösen kleinen Augen anstarrend, schnarrte er ihn an, »Du bist zu einfältig, Andres! Wenn ich dir auch sage, daß die Regentrude hinter dem großen Walde wohnt, so würdest du doch nicht wissen, daß hinter dem Walde eine hohle Weide steht.« »Hier gilt's, den Dummen zu spielen«, dachte Andres, denn obschon er sonst ein ehrlicher Bauer war, so hatte er doch auch seine gute Portion Bauernschlauheit mit auf die Welt bekommen. »Da habt ihr recht«, sagte er und rüßt den Mund auf, »das würde ich freilich nicht wissen.« »Und«, fuhr der Kobold fort, »wenn ich dir auch sagte, daß hinter dem Walde die hohle Weide steht, so würdest du doch nicht wissen, daß in dem Baum eine Treppe zum Garten der Regenfrau hinabführt.« »Wie man sich doch verrechnen kann«, rief Andres, »ich dachte, man könne nur so geraden Weg hinein spazieren.« »Und wenn du auch geradewegs hinein spazieren könntest«, sagte der Kobold, »so würdest du immer noch nicht wissen, daß die Regentrude nur von einer reinen Jungfrau geweckt werden kann.« »Nun freilich«, meinte Andres, »da hilft's mir nichts, da will ich mich nur gleich wieder auf den Heimweg machen.« Ein arglistiges Lächeln verzog den breiten Mund des Kobolds. »Willst du nicht erst dein Wasser in den Zuber gießen?« fragte er, »das schöne Viehzeug ist ja schier verschmachtet.« »Da habt ihr zum vierten Mal recht«, erwiderte der Bursche und ging mit seinen Eimern um den Hügel herum. Als er aber das Wasser in den heißen Zuber goß, schlug es zischend empor und verprasselte in weißen Dampfwolken in der Luft. »Ach gut«, dachte er, »meine Schafe treibe ich mit mir heim, und morgen mit dem frühesten geleite ich Maren zu der Regentrude. Die soll sie schon erwecken.« Auf der anderen Seite des Hügels aber war der Kobold von seinen Steinen aufgesprungen. Er warf seine rote Mütze in die Luft und kollerte sich mit wie an dem Gelächter den Berg hinab. Dann sprang er wieder auf seine dünnen Spindelbeine, tanzte wie toll umher und schlief dabei mit seiner Querkstimme einmal übers andere, »Der Kinnskopf, der Bauerennümmel, dachte mich zu übertölpeln und weiß noch nicht, daß die Drohle sich nur durch das rechte Sprüchlein wecken läßt, und das Sprüchlein weiß keiner als Ecken-Ecken-Penn und der Ecken-Ecken-Penn, das bin ich.« Der böse Kobold wußte nicht, daß er am Vormittag das Sprüchlein selbst verraten hatte. Auf die Sonnenblumen, die vor Marins Kammer im Garten standen, fiel eben der erste Morgenstrahl, als sie schon das Fenster aufstieß und ihren Kopf in die frische Luft hinausstreckte. Der Wiesenbauer, welcher nebenan im Alkofen des Wohnzimmers schlief, mußte davon erwacht sein, denn sein Schnarchen, das noch eben durch alle Wände drang, hatte plötzlich aufgehört. »Was treibst du, Marin?« rief er mit schläfriger Stimme. »Hillst ihr denn wo?« Das Mädchen fuhr sich mit dem Finger an die Lippen, denn sie wußte wohl, daß der Vater, wenn er ihr Vorhaben erführe, sie nicht aus dem Hause lassen würde. Aber sie faßte sich schnell. »Ich hab nicht schlafen können, Vater«, rief sie zurück. »Ich bin mit den Leuten auf die Wiese, es ist so hübsch frisch heute Morgen.« »Hast das nicht nötig, Marin?« erwiderte der Bauer. »Meine Tochter ist kein Dienstboot.« Und nach einer Weile fügte er hinzu. »Na, wenn's dir Plaisir macht, aber sei zur rechten Zeit wieder heim, ehe die große Hitze kommt, und vergiß mein Warmbier nicht.« Damit warf er sich auf die andere Seite, daß die Bettstelle krachte, und gleich darauf hörte auch das Mädchen wieder das wohlbekannte, abgemessene Schnarchen. Beruhsam drückte sie ihre Kammertüre auf. Als sie durch die Torfahrt ins Freie ging, hörte sie eben den Knecht die beiden Mägde wecken. »Es ist doch nöt«, dachte sie, »dachst du so lügen müssen, aber«, und sie seufzte ein wenig dabei, »was tut man nicht alles um seinen Schatz?« Drüben in seinem Sonntagstaat stand schon der Andris, ihre wartend. »Weißt du dein Sprüchlein noch?« rief er ihr entgegen. »Ja, Andris, und weißt du noch den Weg?« Er nickte nur. »So lass uns gehen.« Aber eben kam noch Mutter Stine aus dem Haus und steckte ihrem Sohne ein mit Med gefülltes Fläschchen in die Tasche. »Der ist noch von der Urahne«, sagte sie, »sie tat alle Zeit sehr geheim und kostbar damit. Der wird euch gut tun in der Hitze.« Dann gingen sie im Morgenschein die stille Dorfstraße hinab, und die Witwe stand noch lange und schaute nach der Richtung, wo die jungen, kräftigen Gestalten verschwunden waren. Der Weg der beiden führte hinter der Dorfmark über eine weite Heide. Danach kamen sie in den großen Wald. Aber die Blätter des Waldes lagen meist verdorrt am Boden, so daß die Sonne überall hindurchblitzte. Sie wurden fast geblendet von den wechselnden Lichtern. Als sie eine geraume Zeit zwischen den hohen Stämmen der Eichen und Buchen fortgeschritten waren, faßte das Mädchen die Hand des jungen Mannes. »Was hast du, Maren?« fragte er. »Ich hörte unsere Dorfuhr schlagen, Andrés.« »Ja, mir war es auch so.« »Es muß sechs Uhr sein«, sagte sie wieder. »Wer kocht denn dem Vater nur sein Warmbier? Die Mägde sind alle auf dem Felde.« »Ich weiß nicht, Maren, aber das hilft nun doch weiter nicht?« »Nein«, sagte sie, »das hilft nun weiter nicht. Aber weißt du denn auch noch unser Sprüchlein?« »Freilich, Maren. Dunst ist die Welle, Staub ist die Quelle.« Und es einen Augenblick zögerte, sagte sie rasch. »Stumm sind die Wälder, Feuermann tanzet über die Felder.« »Oh«, rief sie, »wie brannte die Sonne.« »Ja«, sagte Andrés und rieb sich die Wange. »Es hat auch mir ordentlich einen Stich gegeben.« Endlich kamen sie aus dem Walde, und dort, ein paar Schritte vor ihnen, stand auch schon der alte Weidenbaum. Der mächtige Stamm war ganz gehölt, und das Dunkel, das darin herrschte, schien tief in den Abgrund der Erde zu führen. Andrés stieg zuerst allein hinab, während Maren sich auf die Höhlung des Baumes lehnte und ihm nachzublicken suchte. Aber bald sah sie nichts mehr von ihm, nur das Geräusch des Hinabsteigens schlug noch an ihr Ohr. Ihr begann Angst zu werden, aber um sie her war es so einsam, und von unten hörte sie endlich auch keinen Laut mehr. Sie steckte den Kopf tief in die Höhlung und rief »Andrés! Andrés!« Aber es blieb alles still. Und noch einmal rief sie »Andrés!« Da, nach einiger Zeit, war es ihr, als höre sie es von unten wieder heraufkommen, und allmählich erkannte sie auch die Stimme des jungen Mannes, der ihren Namen rief, und faßte seine Hand, die er ihr entgegenstreckte. »Es führt eine Treppe hinab«, sagte er, »aber sie ist steil und ausgebröckelt, und wer weiß, wie tief nach unten zu der Abgrund ist.« Maren erschrak. »Fürchte dich nicht«, sagte er, »ich trage dich. Ich habe einen sicheren Fuß.« Dann hob er das schlanke Mädchen auf seine breite Schulter, und als sie die Arme fest um seinen Hals gelegt hatte, stieg er behutsam mit ihr in die Tiefe. Dichte Finsternis umgab sie, aber Maren atmete doch auf, während sie so Stufe um Stufe wie in einem gewundenen Schneckengange hinabgetragen wurde, denn es war kühl hier im Inneren der Erde. Kein Laut von oben drang zu ihnen herab. Nur einmal hörten sie dumpf aus der Ferne die unterirdischen Wasserbrausen, die vergeblich zum Lichte emporarbeiteten. »Was war das?«, flüsterte das Mädchen. »Ich weiß nicht, Maren.« »Aber hat's denn noch kein Ende?« »Es scheint fast nicht.« »Wenn dich der Kobold nur nicht betrogen hat.« »Ich denke nicht, Maren.« So stiegen sie tiefer und tiefer. Endlich spürten sie wieder den Schimmer des Sonnenlichtes unter sich, das mit jedem Tritt leuchtender wurde. Zugleich aber drang auch eine erstickende Hitze zu ihnen herauf. Als sie von der untersten Stufe ins Freie traten, sahen sie eine gänzlich unbekannte Gegend vor sich. Maren sah befremdet umher. »Die Sonne scheint aber doch dieselbe zu sein«, sagte sie endlich. »Kälter ist sie wenigstens nicht«, meinte Andres, indem er das Mädchen zur Erde erhob. Von dem Platz, wo sie sich befanden, auf einem breiten Steindamm, lief eine Allee von alten Weiden in die Ferne hinaus. Sie bedachten sich nicht lange, sondern gingen, als sei ihnen der Weg gewiesen, zwischen den Reihen der Bäume entlang. Wenn sie nach der einen oder der anderen Seite blickten, so sahen sie in ein ödes, unabsehbares Tiefland, das so von aller Art von Rinnen und Vertiefungen zerrissen war, als bestehe es nur aus einem endlosen Gewirre verlassene See- und Strombetten. Dies schien auch dadurch bestätigt zu werden, daß ein beklemmender Dunst wie von vertrocknetem Schilf die Luft erfüllte. Dabei lagerte zwischen den Schatten der einzelnen stehenden Bäume eine solche Glut, daß es den beiden Wanderern war, als sähen sie kleine weiße Flammen über den staubigen Weg dahinfliegen. Andres mußte an den Flocken aus dem Feuerbarte des Kobolds denken. Einmal war es ihm sogar, als sähe er zwei dunkle Augenringe in dem grellen Sonnenschein. Dann wieder glaubte er deutlich, neben sich das tolle Springen der kleinen Spindelbeine zu hören. Bald war es links, bald rechts an seiner Seite. Wenn er sich aber wandte, vermochte er nichts zu sehen. Nur die glutheiße Luft zitterte flirrend und blendend vor seinen Augen. »Ja«, dachte er, indem er des Mädchens Hand erfaßte und beide mühsam vorwärts schritten, »sauber machst du's uns, aber Recht behältst du heute nicht.« Weiter und weiter gingen sie, der eine nur auf das immer schwerere Atmen des anderen hörend. Der einförmige Weg schien kein Ende zu nehmen. Neben ihnen unaufhörlich die grauen, halb entblätterten Weiden, seitwärts hüben und rüben unter ihnen die unheimlich dunstende Niederung. Plötzlich blieb Marin stehen und lehnte sich mit geschlossenen Augen an den Stamm einer Weide. »Ich kann nicht weiter«, murmelte sie, »die Luft ist lauter Feuer.« Da gedachte Andres des Mädfläschchens, das sie bis dahin unberührt gelassen hatten. Als er den Stöpsel abgezogen, verbreitete sich ein Duft, als seien die Tausende von Blumen noch einmal zur Blüte auferstanden, aus deren Kelchen vor vielleicht mehr als hundert Jahren die Bienen den Honig zu diesem Tranke zusammengetragen hatten. Kaum hatten die Lippen des Mädchens den Rand der Flasche berührt, so schlug sie schon die Augen auf. »Oh«, rief sie, »auf welcher schönen Wiese sind wir denn?« »Auf keiner Wiese, Marin, aber trink nur, es wird dich stärken.« Als sie getrunken hatte, richtete sie sich auf und schaute mit hellen Augen um sich. »Trink auch einmal, Andres«, sagte sie, »ein Frauenzimmer ist doch nur ein elendiglich Geschöpf.« »Aber das ist ein echter Tropfen«, rief Andres, nachdem er auch gekostet hatte. »Mag der Himmel wissen, woraus die Urahne, der ihn gebraut hat.« Dann gingen sie gestärkt und lustig plaudernd weiter. Nach einer Weile aber blieb das Mädchen wieder stehen. »Was hast du, Marin?«, fragte Andres. »Oh nichts, ich dachte nur...« »Was denn, Marin?« »Siehst du, Andres, mein Vater hat noch sein halbes Heu draußen auf den Wiesen, und ich gehe da aus und will Regen machen.« »Dein Vater ist ein reicher Mann, Marin, aber wir andern haben unser Fetzchen Heu schon längst in der Scheuer und unsere Frucht noch alle auf dem dürren Halmen.« »Ja, ja, Andres, du hast wohl recht, man muß auch an die andern denken.« Im Stillen bei sich selber aber setzte sie später hinzu. »Marin, Marin, mach dir keine Flausen vor, du tust ja doch alles nur von wegen deinem Schatz.« So waren sie wieder eine Zeitlang fortgegangen, als das Mädchen plötzlich rief. »Was ist denn das? Wo sind wir denn? Das ist ja ein großer, ungeheurer Garten!« Und wirklich waren sie, ohne zu wissen wie, aus der einförmigen Weidenallee in einen großen Park gelangt. Aus der weiten, jetzt freilich versenkten Rasenfläche erhoben sich überall Gruppen hoher, prachtvoller Bäume. Und zwar war ihr Laub zum Teil abgefallen oder hing dürr und schlaff an den Zweigen, aber der kühne Bau ihre Äste strebte noch in den Himmel, und die mächtigen Wurzeln griffen noch weit über die Erde hinaus. Eine Fülle von Blumen, wie die beiden sie nie zuvor gesehen, bedeckte hier und da den Boden. Aber alle diese Blumen waren welk und tüftelos und schienen mitten in der höchsten Blüte von der tödlichen Glut getroffen zu sein. »Wir sind am rechten Orte, denke ich«, sagte Andrés. Maren nickte. »Du mußt nun hier zurückbleiben, bis ich wiederkomme.« »Freilich«, erwiderte er, indem er sich in den Schatten einer großen Eiche ausstreckte. »Das Übrige ist nun deine Sache. Halt nur das Sprüchlein fest und verrät dich nicht dabei.« So ging sie dann allein über den weiten Rasen und unter den Himmel hohen Bäumen daher, und bald sah der Zurückbleibende nichts mehr von ihr. Sie aber schritt weiter und weiter durch die Einsamkeit. Bald hörten die Baumgruppen auf, und der Boden senkte sich. Sie erkannte wohl, daß sie in dem ausgetrockneten Bette eines Gewässers ging. Weißer Sand und Kiesel bedeckten den Boden, dazwischen lagen tote Fische und blinkten mit ihren Silberschuppen in der Sonne. In der Mitte des Beckens sah sie einen grauen, fremdartigen Vogel stehen. Er schien ihr einem Reiher ähnlich zu sein, doch war er von solcher Größe, daß sein Kopf, wenn er ihn aufrichtete, über den eines Menschen hinwegragen mußte. Jetzt hatte er den langen Hals zwischen den Flügeln zurückgelegt und schien zu schlafen. Maren fürchtete sich. Außer dem regungslosen, unheimlichen Vogel war kein lebendes Wesens sichtbar, nicht einmal das Schwirren einer Fliege unterbrach hier die Stille. Wie ein Entsetzen lag das Schweigen über diesem Orte. Einen Augenblick trieb sie die Angst, nach ihrem Geliebten zu rufen, aber sie wagte es wiederum nicht, denn den Laut ihrer eigenen Stimme in dieser Öde zu hören, dünkte sie noch schauerlicher als alles andere. So richtete sie denn ihre Augen fest in die Ferne, so sich wieder dichte Baumgruppen über den Boden zu erheben schienen, und schritt weiter, ohne rechts oder links zu sehen. Der große Vogel rührte sich nicht, als sie mit leisem Tritten an ihm vorüberging. Nur für einen Augenblick blitzte es schwarz unter der weißen Augenhaut hervor. Sie atmete auf. Nachdem sie noch eine weite Strecke hingeschritten, verengte sich das Seebett zu der Rinne eines mäßigen Baches, der unter einer breiten Lindengruppe hindurch führte. Das Geäst dieser mächtigen Bäume war so dicht, daß ungeachtet des mangelhaften Laubes kein Sonnenstrahl hindurchtrang. Maren ging in dieser Rinne weiter, die plötzliche Kühle um sie her, das rohe, dunkle, gewölkte Wipfel über ihr, es schien ihr fast, als gehe sie durch eine Kirche. Plötzlich aber wurden ihre Augen von einem blendenden Licht getroffen. Die Bäume hörten auf, und vor ihr erhob sich ein graues Gestein, auf das die grellste Sonne niederbrannte. Maren selbst stand in einem leeren, sandigen Becken, in welches sonst ein Wasserfall über die Felsen hinabgestürzt sein mochte, der dann unterhalb durch die Rinne seinen Abfluß in den jetzt verdunsteten See gehabt hatte. Sie suchte mit den Augen, wo wohl der Weg zwischen den Klippen hinaufführte. Plötzlich aber schrak sie zusammen. Denn das dort, auf der halben Höhe des Absturzes, konnte nicht zum Gestein gehören. Wenn es auch ebenso grau war und starr wie dieses in der regungslosen Luft lag, so erkannte sie doch bald, dass es ein Gewand sei, welches in Falten eine ruhende Gestalt bedeckte. Mit verhaltenem Atem stieg sie näher. Da sah sie es deutlich. Es war eine schöne, mächtige Frauengestalt. Der Kopf lag tief aufs Gestein zurückgesunken. Die blonden Haare, die bis zur Hüfte hinabflossen, waren voll Staub und dürren Laubes. Maren betrachtete sie aufmerksam. »Sie muß sehr schön gewesen sein«, dachte sie, ehe diese Wangen so schlaff und diese Augen so eingesunken waren. »Ach, und wie bleich ihre Lippen sind! Ob es denn wohl die Regentrute sein mag? Aber die da schläft nicht, das ist eine Tote. Oh, es ist entsetzlich einsam hier!« Das kräftige Mädchen hatte sich indessen bald gefaßt. Sie trat ganz dicht herzu und niederkniend, und zu ihr hinabgebeugt legte sie ihre frischen Lippen an das marmorblasse Ohr der Ruhenden. Dann, all ihren Mut zusammennehmen, sprach sie laut und deutlich, »Dunst ist die Welle, Staub ist die Quelle, stumm sind die Wälder, Feuermann tanzt über die Felder.« Da rang sich ein tiefer, klagender Laut aus dem gleichen Wunde hervor. Doch das Mädchen sprach immer stärker und eindringlicher, »Nimm dich in Nacht, ehe du erwacht, holt dich die Mutter heim in der Nacht!« Da rauschte es sanft durch die Wipfel der Bäume, und in der Ferne donnerte es leise wie von einem Gewitter. Zugleich aber, und, wie es schien, von jenseits des Gesteins kommend, durchschnitt ein greller Ton die Luft, wie der Wutschrei eines bösen Tieres. Als Maren empor sah, stand die Gestalt der Trude hoch aufgerichtet vor ihr. »Was willst du?« fragte sie. »Ach, Frau Trude«, antwortete das Mädchen noch immer kniend, »Ihr habt so grausam lang geschlafen, daß alles Laub und alle Kreatur verschmachten will.« Die Trude sah sie mit weit aufgerissenen Augen an, als mühe sie sich, aus schweren Träumen zu kommen. Endlich fragte sie mit tonloser Stimme, »Stürzt denn der Quell nicht mehr?« »Nein, Frau Trude«, erwiderte Maren, »kreist denn mein Vogel nicht mehr über dem See?« »Er steht in der heißen Sonne und schläft.« »Wie«, wimmerte die Regenfrau, »so ist es hohe Zeit. Steh auf und folge mir, aber vergiß nicht den Krug, der dort zu deinen Füßen liegt.« Maren tat, wie ihr geheißen, und beide stiegen nun an der Seite des Gesteines hinauf. Noch mächtigere Baumgruppen, noch wunderbarere Blumen waren hier der Erde entsprossen, aber auch hier war alles welk und düftelos. Sie gingen an der Rinne des Baches entlang, der hinter ihnen seinen Abfall vom Gestein gehabt hatte. Langsam und schwankend schritt die Trude dem Mädchen voran. Nur dann und wann die Augen traurig umherwendend. Dennoch meinte Maren, »es bleibe ein grüner Schimmer auf dem Rasen, den ihr Fuß betreten, und wenn die grauen Gewänder über das Dürregras schleppten, da rauschte es so eigen, daß sie immer darauf hinhören mußte.« »Regnet es denn schon, Frau Trude?« fragte sie. »Ach nein, Kind, erst mußt du den Brunnen aufschließen.« »Den Brunnen? Wo ist denn der?« Sie waren eben aus einer Gruppe von Bäumen herausgetreten. »Dort«, sagte die Trude, und einige tausend Schritte vor ihnen sah Maren einen ungeheuren Bau emporsteigen. Er schien von grauem Gestein zackig und unregelmäßig aufgetürmt, »bis in den Himmel«, meinte Maren, »der nach oben hinauf war alles wie in Duft und Sonnenglanz zerflossen.« Am Boden aber wurde die in riesenhaften Erkern vorspringende Front überall von hohen spitzbogigen Tor- und Fensterhöhlen durchbrochen, ohne daß jedoch von den Fenstern oder Torflügeln selbst etwas zu sehen gewesen wäre. Eine Weile schritten sie gerade darauf zu, bis sie durch den Ufo-Absturz eines Stromes aufgehalten wurden, der den Bau ringsum zu umgeben schien. Auch hier war jedoch das Wasser bis auf einen schmalen Faden, der noch in der Mitte floß, verdunstet. Ein Nachen lag zerborsten auf der trockenen Schlammdecke des Strombettes. »Schreite hindurch«, sagte die Trude. »Über dich hat er keine Gewalt. Aber vergiß nicht, von dem Wasser zu schöpfen. Du wirst es bald gebrauchen.« Als Maren, dem Befehl gehorchend, von dem Ufer herabtrat, hätte sie fast den Fuß zurückgezogen, denn der Boden hier war so heiß, daß sie die Glut durch ihre Schuhe fühlte. »Ei, was, mögen die Schuhe verbrennen«, dachte sie und schritt rüstig mit ihrem Kruge weiter. Plötzlich aber blieb sie stehen. Der Ausdruck des tiefsten Entsetzens trat in ihre Augen. Denn neben ihr zerriß die trockene Schlammdecke, und eine große braunrote Faust mit krummen Fingern fuhr daraus hervor und griff nach ihr. »Mut«, hörte sie die Stimme der Trude hinter sich vom Ufer her. Da erst stieß sie einen lauten Schrei aus, und der Spuch verschwand. »Schließe die Augen!«, hörte sie wiederum die Trude rufen. Da ging sie mit geschlossenen Augen weiter. Als sie aber das Wasser ihren Fuß berühren fühlte, bückte sie sich und füllte ihren Krug. Dann stieg sie leicht und ungefährdet am anderen Ufer wieder hinauf. Bald hatte sie das Schloß erreicht und trat mit klopfendem Herzen durch eines der großen offenen Tore. Drinnen aber blieb sie staunend an dem Eingange stehen. Das ganze Innere schien nur ein einziger unermeßlicher Raum zu sein. Mächtige Säulen von Tropfstein trugen in beinahe unabsehbarer Höhe eine seltsame Decke. Fast meinte Maren, es seien nichts als graue, riesenhafte Spinngewebe, die überall in Bauschen und Spitzen zwischen den Knäufen der Säulen herabhängen. Doch immer stand sie wie verloren an derselben Stelle und blickte bald vor sich hin, bald nach einer und der anderen Seite. Aber diese ungeheuren Räume schienen außer nach der Front zu, durch welche Maren eingetreten war, ganz ohne Grenzen zu sein. Säule hinter Säule erhob sich, und wie sehr sie sich auch anstrengte, sie konnte nirgends ein Ende absehen. Da blieb ihr Auge an einer Vertiefung des Bodens haften. Und siehe, dort, unweit von ihr, war der Brunnen. Auch den goldenen Schlüssel sah sie auf der Fallthüre liegen. Während sie darauf zuging, bemerkte sie, daß der Fußboden nicht etwa, wie sie es in ihrer Dorfkirche gesehen, mit Steinplatten, sondern überall mit vertrocknetem Schilf und Wiesenpflanzen bedeckt war. Aber es nahm sie schon jetzt nichts mehr Wunder. Nun stand sie am Brunnen und wollte eben den Schlüssel ergreifen, da zog sie rasch die Hand zurück, denn deutlich hatte sie es erkannt, der Schlüssel, der ihr in dem grellen Licht eines von außen hereinfallenden Sonnenstrahl entgegenleuchtete, war von Glut und nicht von Gold rot. Ohne Zaudern goß sie ihren Krug darüber aus, daß das Zischen des verdampfenden Wassers in den weiten Räumen wiederhallte. Dann schloß sie rasch den Brunnen auf. Ein frischer Duft stieg aus der Tiefe, als sie die Fallthür zurückgeschlagen hatte, und erfüllte bald alles mit einem feinen, feuchten Staube, der wie ein zartes Gewölk zwischen den Säulen emporstieg. Sinnend und in der frischen Kühle aufatmend, ging Marin umher. Da begann zu ihren Füßen ein neues Wunder. Wie ein Hauch rieselte ein Lichtes Grün über die verdorrte Pflanzendecke. Die Halme richteten sich auf, und bald wandelte das Mädchen durch eine Fülle sprießender Blätter und Blumen. Am Fuße der Säulen wurde es blau von Vergißmein nicht. Dazwischen blühten gelbe und braunviolette Iris auf und verhauchten ihren zarten Duft. An den Spitzen der Blätter klommen Libellen empor, prüften ihre Flügel und schwebten dann schillernd und gaukelnd über den Blumenkelchen, während der frische Duft, der fortwährend aus dem Brunnen stieg, immer mehr die Luft erfüllte und wie Silberfunken in den hereinfallenden Sonnenstrahlen tanzte. In dessen Marin noch das Entzücken und Bestauens kein Ende finden konnte, hörte sie hinter sich ein behagliches Stöhnen, wie von einer süßen Frauenstimme. Und wirklich, als sie ihre Augen nach der Vertiefung des Brunnens wandte, sah sie auf dem grünen Moosrande, der dort emporgekeimt war, die ruhende Gestalt einer wunderbar schön blühenden Frau. Sie hatte ihren Kopf auf den nackten, glänzenden Arm gestützt, über den das blonde Haar wie in seidenen Wellen herabfiel und ließ ihre Augen oben zwischen den Säulen an der Decke wandern. Auch Marin blickte unwillkürlich hinauf. Da sah sie nun wohl, daß das, was sie für große Spinngewebe gehalten, nichts anderes war, als die zarten Florgewebe der Regenwolken, die durch den aus dem Brunnen aufsteigenden Duft gefüllt und schwerer und schwerer wurden. Eben hatte sich ein solches Gewölk in der Mitte der Decke abgelöst und sank leise schwebend herab, so daß Marin das Gesicht der schönen Frau am Brunnen nur noch wie durch einen grauen Schleier leuchten sah. Da klatschte diese in die Hände, und zugleich schwamm die Wolke der nächsten Fensteröffnung zu und floß durch dieselbe ins Freie hinaus. »Nun«, rief die schöne Frau, »mir gefällt dir das.« Dabei lächelte ihr roter Mund, und ihre weißen Zähne blitzten. Da winkte sie Marin zu sich, und diese mußte sich neben ihr ins Moos setzen. Und daß eben wieder ein Duftgewebe von der Decke herniedersank, sagte sie, »nun klatschen deine Hände.« Und als Marin das getan, und auch diese Wolke, wie die erste, ins Freie hinausgezogen war, rief sie, »siehst du wohl, wie leicht das ist. Du kannst es besser noch als ich.« Marin betrachtete verwundert die schöne, übermütige Frau. »Aber«, fragte sie, »wer seid ihr denn so eigentlich?« »Wer ich bin? Nun, Kind, du bist aber einfältig.« Das Mädchen sah sie noch einmal mit ungewissen Augen an. »Endlich«, sagte sie zögernd, »ihr seid doch nicht gar die Regentrude?« »Und wer sollte ich denn anders sein?« »Aber verzeiht, ihr seid ja so schön und lustig jetzt.« Da wurde die Trude plötzlich ganz still. »Ja«, rief sie, »ich muß dir dankbar sein. Wenn du mich nicht geweckt hättest, wäre der Feuermann Meister geworden, und ich hätte wieder hinab müssen zu der Mutter unter die Erde.« Und indem sie ein wenig wie von innerem Grauen die weißen Schultern zusammenzog, setzte sie hinzu, »Und es ist ja doch so schön und grün hier oben.« Dann mußte Marin erzählen, wie sie hierher gekommen, und die Trude legte sich ins Moos zurück und hörte zu. Mitunter pflückte sie eine der Blumen, die neben ihr emporsprosten, und steckte sie sich oder dem Mädchen ins Haar. Als Marin von dem mühseligen Gange auf dem Weidendammer berichtete, seufzte die Trude und sagte, »Der Damm ist einst von euch Menschen selbst gebaut worden, aber es ist schon lange, lange her. Solche Gewänder, wie du sie trägst, sah ich nie bei ihren Frauen. Sie kamen damals öfters zu mir, ich gab ihnen Keime und Körner zu neuen Pflanzen und Getreiden, und sie brachten mir zum Dank von ihren Früchten. Wie sie meiner nicht vergaßen, so vergaß ich ihre nicht, und ihre Felder waren niemals ohne Regen. Seit lange aber sind die Menschen mir entfremdet, es kommt niemand mehr zu mir. Da bin ich dann vor Hitze und lauter Langeweile eingeschlafen, und der tückische Feuermann hätte fast den Sieg gehalten.« Marin hatte sich währenddessen ebenfalls mit geschlossenen Augen auf das Moos zurückgelegt. Es taute so sanft um sie her, und die Stimme der schönen Trude klang so süß und traulich. »Nur einmal«, fuhr diese fort, »aber das ist auch schon lange her, ist noch ein Mädchen gekommen. Sie sah fast aus wie du und trug fast eben solche Gewänder. Ich schenkte ihr von meinem Wiesenhonig, und das war die letzte Gabe, die ein Mensch aus meiner Hand empfangen hat.« »Seht nur«, sagte Marin, »das hat sich gut getroffen. Jenes Mädchen muß die Urahne von meinem Schatz gewesen sein, und der Trank, der mich heute so gestärkt hat, war gewiß von eurem Wiesenhonig.« Die Regenfrau dachte wohl noch an ihre junge Freundin von damals, denn sie fragte, »hat sie denn noch so schöne braune Löckchen an der Stirn?« »Wer denn, Frau Trude?« »Nun, die Urahne, wie du sie nennst.« »O nein, Frau Trude«, erwiderte Marin, und sie fühlte sich in diesem Augenblicke ihrer mächtigen Freundin fast ein wenig überlegen. »Die Urahne ist ja ganz steinalt geworden.« »Alt?« fragte die schöne Frau. »Sie verstand das nicht, denn sie kannte nicht das Alter.« Marin hatte große Mühe, ihr es zu erklären. »Merket nur«, sagte sie endlich, »graues Haar und rote Augen und häßlich, verdrießlich sein. Seht, Frau Trude, das nennen wir alt.« »Freulich«, erwiderte diese, »ich entsinne mich nun. Es waren auch solche unter den Frauen der Menschen. Aber die Urahne soll zu mir kommen. Ich mache sie wieder froh und schön.« Marin schüttelte den Kopf. »Das geht ja nicht, Frau Trude«, sagte sie, »die Urahne ist ja längst unter der Erde.« Die Trude seufzte. »Arme Urahne!« Hierauf schwiegen beide, während sie noch immer behaglich ausgestreckt im weichen Moose lagen. »Aber Kind«, rief plötzlich die Trude, »da haben wir über all dem Geplauder ja ganz das Regenmachen vergessen.« »Schlag doch nur die Augen auf. Wir sind ja unter lauter Wolken ganz begraben. Ich sehe dich schon gar nicht mehr.« »Ei, da wird man ja naß wie eine Katze«, rief Marin, als sie die Augen aufgeschlagen hatte. Die Trude lachte. »Platsch nur ein wenig in die Hände, aber nimm dich in Acht, daß du die Wolke nicht zerreißt.« So begannen beide leise in die Hände zu klopfen, und alsbald entstand ein Gewoge und Geschiebe, die Nebelgebilde drängten sich nach den Öffnungen und schwammen, eins nach dem anderen, ins Freie hinaus. Nach kurzer Zeit sah Marin schon wieder den Brunnen vor sich und den grünen Boden mit den gelben und violetten Irisblüten. Dann wurden auch die Fensterhöhlen frei, und sie sah weithin über den Bäumen des Gartens die Wolken den ganzen Himmel überziehen. Allmählich verschwand die Sonne. Noch ein paar Augenblicke, und sie hörte es draußen wie einen Schauer durch die Bäume und Gebüsche wehen, und dann rauschte es hernieder, mächtig und unablässig. Marin saß aufgerichtet mit gefalteten Händen. »Frau Trude, es regnet«, sagte sie leise. Diese nichtte kaum merklich mit ihrem schönen, blonden Kopfe. Sie saß wie träumend. Plötzlich aber entstand draußen ein lautes Brasseln und Heulen, und als Marin erschrocken hinausblickte, sah sie aus dem Bette des Umgebungsstromes, den sie kurz vorher überschritten hatte, sich ungeheure weiße Dampfwolken stoßweise in die Luft erheben. In demselben Augenblicke fühlte sie sich auch vor den Armen der schönen Regenfrau umfangen, die sich zitternd an das neben ihr ruhende junge Menschenkind schmiegte. »Nun gießen Sie den Feuermann aus«, flüsterte sie. »Horch nur, wie es sich wehrt, aber es hilft ihm doch nichts mehr.« Eine Weile hielten sie sich so umschlossen. Da wurde es stille draußen, und es war nun nichts zu hören als das sanfte Rauschen des Regens. Da standen sie auf, und die Trude ließ die Falltür des Brunns herab und verschloss sie. Marin küßte ihre weiße Hand und sagte, »Ich danke Euch, liebe Frau Trude, für mich und alle Leute in unserem Dorfe. Und«, setzte sie ein wenig zögernd hinzu, »Nun möchte ich wieder heimgehen.« »Schon gehen?« fragte die Trude. »Ihr wißt es ja, mein Schatz wartet auf mich. Er mag schon wacker nass geworden sein.« Die Trude erhob den Finger. »Wirst du ihn auch später niemals warten lassen?« »Gewiß nicht, Frau Trude.« »So geh, mein Kind, und wenn du heimkommst, so erzähle den anderen Menschen von mir, dass sie meiner Führter nicht vergessen. Und nun komm, ich werde dich geleiten.« Draußen, unter dem frischen Himmelstau, war schon überall das Grün des Rasens und an Baum und Büschen das Laub hervorgeschlossen. Als sie an den Strom kamen, hatte das Wasser sein ganzes Bett wieder ausgefüllt, und als erwartete er sie, ruhte der Kahn, wie von unsichtbarer Hand wiederhergestellt, schaukelnd an dem üppigen Grase des Uferrandes. Sie stiegen ein, und leise glitten sie hinunter, während die Tropfen spielend und klingend in die Flut fielen. Da, als sie eben an das andere Ufer traten, schlugen neben ihnen die Nachtigallen ganz laut aus dem dunklen Gebüsches. »Oh«, sagte die Trude und atmete so recht aus Herzensgrunde, »es ist noch Nachtigallenzeit. Es ist noch nicht zu spät.« Da gingen sie an dem Bach entlang, der zu dem Wasserfall führte. Der stürzte sich schon wieder tosend über die Felsen und floß dann strömend in der breiten Rinne unter den dunklen Dinden fort. Sie mußten, als sie hinabgestiegen waren, an der Seite unter den Bäumen hingehen. Als sie wieder ins Freie traten, sah Marien den fremden Vogel in großen Kreisen über einem See schweben, dessen weites Becken sich zu ihren Füßen dehnte. Bald gingen sie unten längst dem Ufer hin, fortwährend die süßesten Düfte atmend und auf das Anrauschen der Wellen horchend, die über glänzende Kiesel an dem Strande hinaufströmten. Tausende von Blumen blühten überall. Auch Feilchen und Maililien, bemerkte Marien, und andere Blumen, deren Zeit eigentlich längst vorüber war, die aber wegen der bösen Glut nicht hatten zur Entfaltung kommen können. »Die wollen auch nicht zurückbleiben«, sagte die Trude, »das blüht nun alles durcheinander hin.« Mitunter schüttelte sie ihr blondes Haar, daß die Tropfen wie Funken um sie hersprühten, oder sie schränkte ihre Hände zusammen, daß von ihren vollen weißen Armen das Wasser wie in eine Muschel hinabfloß. Dann wieder riß sie die Hände auseinander, und wo die hingespühten Tropfen die Erde berührten, da stiegen neue Düfte auf, und ein Farbenspiel von frischen, nie gesehenen Blumen drängte sich leuchtend aus dem Rasen. Als sie um den See herum waren, blickte Marien noch einmal auf die Weite, bei dem niederfallenden Regen kaum übersehbare Wasserfläche zurück. Es schauerte sie fast bei dem Gedanken, daß sie am morgen trockenen Fußes durch die Tiefe gegangen sei. Bald mußte sie dem Platze nah sein, wo sie ihren Andrees zurückgelassen hatte. Und richtig! Dort unter den hohen Bäumen lag er mit aufgestütztem Arm. Er schien zu schlafen. Als aber Marien auf die schöne Trude blickte, wie sie mit dem roten, lächelnden Munde so stolz neben ihr über dem Rasen schritt, erschien sie sich plötzlich in ihren bäuerischen Kleidern so plump und häßlich, daß sie dachte, »Nein, das tut nicht gut, die brauchte Andrees nicht zu sehen.« Laut aber sprach sie, »Habt Dank für euer Geleite, Frau Trude, ich finde mich nun schon selber. Aber ich muß doch deinen Schatz noch sehen.« »Bemüht euch nicht, Frau Trude,« erwiderte Marien, »es ist eben ein Bursch wie die andern auch, und just gut genug für ein Mädel vom Dorf.« Die Trude sah sie mit durchdringenden Augen an. »Schön bist du, Närrchen«, sagte sie, und erhob drohend ihren Finger. »Bist du denn aber auch in deinem Dorf die Allerschönste?« Da stieg dem hübschen Mädchen das Blut ins Gesicht, das ihr die Augen überliefen. Die Trude aber lächelte schon wieder. »So merkt denn auf«, sagte sie, »weil nun doch alle Quellen wieder springen, so könnt ihr einen kürzeren Weg haben. Gleich unten links am Waldendamme liegt ein Narren. Steigt getrost hinein, er wird euch rasch und sicher in eure Heimat bringen.« »Und nun, leb wohl«, rief sie und legte ihren Arm um den Nacken des Mädchens und küßte sie. »Oh, wie süß schmeckt doch solch ein Menschenmund!« Dann wandte sie sich und ging unter den fallenden Tropfen über den Rasen dahin. Dann hob sie an zu singen, das klang süß und eintönig. Und als die schöne Gestalt zwischen den Bäumen verschwunden war, da wußte Marin nicht, hörte sie noch immer aus der Ferne den Gesang, oder war es nur das Rauschen des niederfallenden Regens. Eine Weile noch blieb das Mädchen stehen. Dann, wie in plötzlicher Sehnsucht, streckte sie die Arme aus. »Lebt wohl, schöne liebe Regentrude, lebt wohl«, rief sie. Aber keine Antwort kam zurück. Sie erkannte es nun deutlich. Es war doch nur noch der Regen, der herniederrauschte. Als sie hierauf langsam dem Eingang des Gartens zuschritt, sah sie den jungen Bauern hoch aufgerichtet unter den Bäumen stehen. »Wonach schaust du denn so?« fragte sie, als sie näher gekommen war. »Alle tausend, Marin«, rief Andrées, »was war denn das für ein sauber Weibsbild?« Das Mädchen aber ergriff den Arm des Burschen und drehte ihn mit einem derben Ruck zurück. »Guck dir nur nicht die Augen aus«, sagte sie, »das ist keine für dich. Und das war die Regentrude.« Andrées lachte. »Nun, Marin«, erwiderte er, »daß du sie richtig aufgeweckt hast, das habe ich hier schon merken können, denn so naß, meine ich, ist der Regen noch nimmer gewesen, und so etwas von grün werden habe ich auch all meinen Lebtag noch nicht gesehen. Aber nun komm! Wir wollen heim, und dein Vater soll uns sein gegebenes Wort einlösen.« Unten am Weidendamme fanden sie den Narren und stiegen ein. Das ganze weite Tiefland war schon überflutet. Auf dem Wasser und in der Luft lebte es von aller Art Gefögel. Die schlanken Seeschwalben schossen schreiend über ihnen hin und tauchten ihr Spitzen ihrer Flügel in die Flut, während die Silbermöwe majestätisch neben ihrem fortschießenden Kran dahinschwammen. Auf den grünen Inselchen, an denen sie hier und dort vorbeikamen, sahen sie die Bruce-Helle mit den goldenen Kragen ihre Kampfspiele halten. So glitten sie rasch dahin. Noch immer fiel der Regen, sanft doch unablässig. Jetzt aber verengte sich das Wasser, und bald war es nur noch ein mäßig breiter Bach. Andres hatte schon eine Zeit lang mit der Hand über den Augen in die Ferne geblickt. »Sieh doch, Marin«, rief er, »ist das nicht meine Roggenkoppel?« »Freilich, Andres, und brechtig grün ist sie geworden. Aber siehst du denn nicht, dass es unser Dorfbach ist, auf dem wir fahren?« »Richtig, Marin. Aber was ist denn das dort? Das ist ja alles überflutet.« »Ach, du lieber Gott«, rief Marin, »das sind ja meines Vaters Wesen. Sieh nur, das schöne Heu, es schwimmt ja alles.« Andres drückte dem Mädchen die Hand. »Lass nur, Marin«, sagte er, »der Preis ist, denke ich, nicht zu hoch.« »Und meine Felder tragen ja nun um desto besser.« Bei der Dorflinde legte der Nachhinein. Sie traten ans Ufer, und bald gingen sie Hand in Hand die Straße hinab. Da wurde ihnen von allen Seiten freundlich zugenickt, denn Mutter Stine mochte ihr in ihrer Abwesenheit doch ein wenig geplaudert haben. »Es regnet«, riefen die Kinder, die unter den Tropfen durch über die Straße liefen. »Es regnet«, sagte der Vetter Schulze, der behaglich aus seinem offenen Fenster schaute und den beiden mit kräftigem Drucke die Hand schüttelte. »Ja, ja, es regnet«, sagte auch der Wiesenbauer, der wieder mit der Meerschaumpfeife in der Torfahrt seiner stattlichen Hauses stand. »Und du, Marin, du hast mich heute Morgen wacker angelogen.« »Aber kommt nur herein, ihr beiden. Der Andreß, wie der Vetter Schulze sagt, ist allewege ein guter Bursch. Seine Ernte wird heuer auch noch gut. Und wenn es etwa wieder drei Jahre Regen geben sollte, so ist es am Ende doch nicht so übel, wenn Höhen und Tiefen beieinander kommen. Drum geht ihn über zur Mutter Stine. Da wollen wir die Sache all fort in Richtigkeit bringen.« Mehrere Wochen waren seitdem vergangen. Der Regen hatte längst wieder aufgehört, und die letzten schweren Erntewagen waren mit Kränzen und flatternden Bänden in die Scheuern eingefahren. Da schritt dem schönsten Sonnenschein ein großer Hochzeitszug der Kirche zu. Marin und Andreß waren die Brautleute. Hinter ihnen gingen Hand in Hand Mutter Stine und der Wiesenbauer. Als sie fast bei der Kirchentüre angelangt waren, da sie schon den Choral vernahmen, den drinnen zu ihrem Empfang der alte Kantor auf der Orgel spielte, zog plötzlich ein weißes Wölkchen über ihnen am blauen Himmel auf, und ein paar leichte Regentropfen fielen der Braut in ihren Kranz. »Das bedeutet Glück!« riefen die Leute, die auf dem Kirchhof standen. »Das war die Regentrude«, flüsterten Braut und Bräutigam, und drückten sich die Hände. Dann trat der Zug in die Kirche. Die Sonne schien wieder, die Orgel aber schwieg, und der Priester verrichtete sein Werk. »E.A.P.O.N.D.« 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 »E.A.P.O.N.D.«